Musik Hallo und herzlich willkommen bei Animal Crossing New Leaf und Uta ist schon wieder weg. Ne, da bist du noch Uta. Tschüss Uta. Tschüss. Hey, Tillyfee, altes Haus. Sieht man sich wohl wieder, Maki, Maki, also was gibt's? Blaudern wir. Hey, hey, was sind alle so knudgelig, fast wie ich. Ja, das ist in der frischen Luft. Ja, das weiß ich, was ich in Karchel erzählt. Irgendwas Neues gab's. Das hier wahrscheinlich. Parasaurium, jumm, 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 jumm. Genau das Mensch. Gut, gut, würde ich sagen, geh wir mal fischen. Und komm zurück mit vielen Fischen. Nach dem Fischen. ist fisch nein kein fisch schade kein fisch und ausschmerzen schade geht nicht was gibt es denn zu kaufen bei der mode schneider allein hallo 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 das fisch kräfte und das vielleicht auch da regi jahre und schüttel obwohl ich hab noch egal ob sie kein geld mehr für das zeug oder naja guck ich mal ob es irgendwas cooles gibt bei der wie heißt sie denn samtia 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 das 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 der das da da h er Die ist cool. Die nehme ich. Oh, verzeihend. Könnte ich nur ein Sternis haben. Oh. Manu. Tschüss dann eben. Luda Igil. Eieieiei. Oh, ich jetzt mal schnell noch ein bisschen Zeug, das ich verkaufen kann. Dann gehe ich Fischi-Happen fangen. Oh, ich sag mal Fischi-Happen. Jetzt ist Andromusiegelz vorher. Oh, was brauche ich denn? Die Leuchtkäfer brachte ich. Die Kamuschel wollte ich jetzt da lassen. Fast, tschüss. Auf Wiedersehen, tschüss. Jetzt gehe ich mal Fischi. Ein Fisch. Dummer Fisch. Ein Fisch. Guter Fisch. WTF. Mein nächster Fisch. Gut doch. Ein Leuchtkäfer. Ein Fossil. Ein Fossil. Schlecht. Ja, Fischi-Happen. Schau mal Fischi-Happen. Scheiße. Ja, aber ist ja egal. Oh, ein Fischi. Ist er ja nicht so böse? Ja. Ein Blaubausch. Ein Bausch. Hallo, Team Fischi. Wie hart trainiert sollte man... Wer hart trainiert sollte ein... Vorrat an Getränken da haben. Ich kann Bier und den Saft empfehlen. Eins, Karachi, okay. Das kann ich für dich tun. Nein, das kann ich für dich tun. Ich habe in letzter Zeit einige Muskeln zugelegt. Ich würde sie am liebsten der ganzen Welt zeigen. Hey, vielleicht kannst du ja andere Freunde aus anderen Städten zu uns einladen. Wenn es viele sind, müssten wir auch unseren Festplatz ausweichen. Da gibt es nur die Schuhe raus. Ist das ein Frosch oder was ist denn das drinnen? Hier kommt Frosch. Ja, das kann ich halt. Ja, das kann ich halt. Das ist ein Languste. Ja, Flusskrebs. Austauschen. Dann mache ich jetzt einmal so. Einmal so. Und einmal so. Verkauf ich den Leuchtkäfer. Nehme die Atemschutzmaske. Den Drast kann ich aber anders machen. Wasch kann ich im Notfall auch verkaufen. Weil ich meine... Wasch gibt es öfters. Du, 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 du. Du kriegst echt. Verkauf hin. Verkauf hin. Leuchtkäfer und Barsch. Nehmen wir alles lang. 480 Sternis. Nein, sonst. So, jetzt kommt die Atemschutzmaske. Wasch muss man? Wasch muss man? Die. . Willkommen! Die waren mit sich das Gasmaske, aber ich habe ihn ja 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 ja. k und dann muss ich sagen speichern und ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja geht mir einen Daumen nach oben abonniert mich denn es gibt es wird eine 25-Werner-Special geben also abonniert mich am besten umso mehr ihr abonniert umso früher wird es kommen ich habe euch den neuen nicht vorgestellt ach es ist mir jetzt egal ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal